Ja, Hallöchen, heute werde ich euch mal zeigen, wie meine Hunde reagieren. Wenn sie in ein Gebiet dürfen, wo sie seit 10 Jahren nicht hin durften. So, jetzt lassen wir mal die Löwen aus der Wohnung. Erstmal in den Garten. Hier sind übrigens so kleinere Baustellen. Da wird gerade gepflastert von mir, so wie sich die Zeit ergibt. Eine kleine aufgeräumte Garage. So, und eigentlich geht es jetzt hier weiter, weil hier der Weg gerade gemacht wird. Und vorher konnten die Hunde bis hier. So, und jetzt können die Hunde gleich viel, viel, viel weiter. So, ihr dürft, kommt, ihr dürft mal gucken gehen. Dass die beiden so wackeln, ist normal. Die hatten beide ihren Hundeschlaganfall. Und haben natürlich unheimlich Probleme mit dem Gleichgewichtssinn. Ich hoffe, das geht ja halbwegs gut. Mausi, wo willst du hin? Schaffst du das? Komm. Ja, komm, ja, schaffst du. Zieh ich gewollt. Ja, ich habe hier den Zorn überall hoch aufgestellt. Habe unten die Kanten umgeklappt. So 30 Zentimeter mit Steinen beschwert. Den ganzen Weg runter. Ja, und nach oben hin geht das hier dann über in Baumstämme und alles, was hier so rum lag. Dementsprechend ist jetzt hier das anders abgesichert. Sonst sind die beiden immer hier nur abgehauen, wenn sie mal den Zaun durchbrochen haben bei mir. Ginger, komm mal hier hin. Ich hoffe, sie finden jetzt keine Lücke. Sonst sind sie wieder weg. Ginger, komm hier, mach ich den, komm. Falsche Richtung. Mausi. Mausi, Vorsicht, langsam. Langsam. Ach, Kinny. Langsam, Mausi, feines Mädchen. Vorsichtig. Gina. Gina. Oh oh, jetzt geht es da hinten runter. Jetzt muss ich mich beeilen, da ist es nicht offen. Gina, komm hier hin. Komm, komm hier hin, komm. Gina, komm hierher. Hat sie gehoucht wieder wie Sau. Komm, 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 wir gehen wieder zurück. Ja, komm. Hm? Komm, schnell, komm. Ja, so sieht das Häuschen von oben aus. Also hier gehört, das geht da oben noch so einige Meter weiter, aber mehr wollte ich jetzt nicht einsäulen, das reicht jetzt fürs Erste. Komm mit, kann. Ja, komm, Mausi, lauf andersrum. Langsam, genau. Ganz vorsichtig. Langsam, langsam, langsam. Langsam, kleine. Prima. Ja. 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 Ja, das macht dir einen Spaß. Ja. 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 Aber genau immer am Rand entlang gucken, ob nicht noch irgendwo ein Loch ist, ne? Ja. 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 So. Das war toll, ne? Ja. Ja, da geht es wieder rein. Ja, lauf schön. Lauf. Ja, lauf schön weiter. Ha, ha. So. Das war ein kleiner Ausflug. Man könnte hier noch ein bisschen puddeln. Vielen Dank.